Die Sau. Wieso ausgerechnet Sau? Die Antwort auf diese einfache Frage kann man stundenlang suchen. Aber die einen werden durch das Schießgeräusch ans Grunzen erinnert, die anderen hassen seine hohe Masse, wiederum andere nennen ihn so wegen seiner schlechten Zuverlässigkeit. Und ich werde ihn so nennen, damit ihr denkt, ich hab voll die Ahnung. Doch wir beginnen mit der Geschichte der Entwicklung des MGs M60. Ehrlich gesagt ist M60 nur ein Opfer. Ein Opfer eines dreckigen Inzests zwischen zwei anderen deutschen Waffen. Es ist nicht der beste Anfang einer Karriere, aber so ist das Leben, Junge. Die Amerikaner haben das Prinzip des deutschen Einheits-MGs sehr genau analysiert und kamen darauf, dass es eine gute Idee ist, für alle Einsatzzwecke ein MG zu haben. Und natürlich machten sie sich daran, ein eigenes zu entwickeln. Also haben im Jahre 1946 die amerikanischen Ingenieure zwei deutsche Babys miteinander gekreuzt. Das MG42 und das Fallschirmjägergewehr FG42, das sehr einzigartig war für seine Klasse. Wer hätte das gedacht, beim Kreuzen von zwei Ariern ist eine Sau rausgekommen. Es gab sehr viele Prototypen und Varianten. Jedoch wurde 1957 die Sau in den Dienst der Armee der Vereinigten Staaten gestellt. Doch jetzt tauchen wir ein in die stinkende Grube voller Probleme des M60. Ein stark gebrauchter M60 konnte schon mal alleine einen Schuss auslösen. Das Gasrückführungssystem konnte beim Schießen schon mal auseinanderfallen. Das Zweibein wurde fest mit dem Lauf verschweißt. Muss ich erwähnen, dass es dadurch zu Problemen beim Laufwechsel kam. Und dann war da noch sowas wie eine viel zu geringe Festigkeit. Kurz gesagt, ist diese Sau etwas Besonderes. Sie hasst Dreck und einen schlechten Umgang. Jedoch sollte man nicht glauben, dass M60 ganzheitlich aus Nachteilen besteht. Nein, nein, 600 Mal in der Minute, nein. Im Gegensatz zu den M16-Gewehrchen konnte die Sau auch die Feinde, die sich hinter Laub- oder Baumstämmen verstecken, von den Vorteilen der Demokratie überzeugen. Dabei konnte er auf einem Zweibein oder einem Dreibein stehen und konnte in einen Schützenpanzer, ein Board oder in einen Hubschrauber eingebaut werden. Und eben mit der Montage in der Technik wurden die meisten Probleme mit der Verschmutzung und schlechter Behandlung gelöst. Ja, die Infanterie hat es schwer. Ja, die Sau wiegt über 10 Kilogramm. Aber wer hat schon ein schönes Leben in Vietnam? Und eine Wahl gibt es auch nicht wirklich. Entweder die Sau oder moralisch veraltete MGs des Ersten Weltkrieges. Kurz gesagt, zeigte das M60 bei guter Behandlung und in Funktion als stationäres MG gute Ergebnisse im Menschen erschießen. Die australischen Soldaten, die ebenfalls das M60 nutzten, haben nur kurze Ladestreifen mit 15 bis 20 Patronen in ihre M60 geladen. Wenn man bei der Bewegung unter einen Angriff kam, war das komplett ausreichend, um einen ersten Gegenschlag zu leisten. Aber dafür war der MG-Schütze nicht mit einem MG-Gürtel umwickelt. Er musste nicht zusätzliche Kilos um sich tragen. Doch sobald eine Gefechtsposition eingenommen wurde, bekam die Sau ihren kompletten MG-Gürtel spendiert und musste voll antreten. Ab Werk wurde dem M60 keine Büchse für den MG-Gürtel mitgegeben. Daher befestigten amerikanische MG-Schützen links vom Lauf eine Büchse von Konservendosen. Dort kam der MG-Gurt rein, zur Bequemlichkeit. Es ist kaum vorstellbar, aber das M60 befindet sich heute noch immer im Einsatz. Natürlich modifiziert, modernisiert und so weiter. Aber es ist noch immer diese sensible Sau. Die allererste Modifikation, E1, wurde bereits zu Kriegsbeginn in Vietnam entwickelt. Wichtigste Änderung, der Lauf wurde nicht mehr an das Zweibein und das Gasrückführungssystem angeschweißt. Aber leider ging diese Variante nicht in die richtige Serienfertigung. Aber zu dieser Entwicklung kehrt man zurück später nach dem Kriegsende, als die Frage aufkommt, die Sau zu verbessern. Zusätzlich erwähnen kann man die Modifikation mit dem Index C, die elektronisch gesteuert für Gun-Chips verwendet werden. Und das M60D, vereinfachte Version zum Montage in Technik. Natürlich gibt es noch die Varianten E4, E6 und so weiter. Aber das geht über den Vietnamkrieg hinaus. Für weitere Geschichten über Vietnam, unten drücken, Daumen hoch, Abo und kommentieren. Und diejenigen, die von der Mama weggezogen sind und ihr eigenes Geld verdienen, können eine Kanalmitgliedschaft abschließen und mich somit unterstützen. Danke und bis zum nächsten Video. Mach's gut, mein Sohn.